So, willkommen zur nächsten Fly5P Und ja, wir enden jetzt noch die Fortsetzung zur letzten Folge Moin Ja genau, Yarrick ist mit dabei Bail Ja, ich vergesse vielleicht die ein oder andere, aber egal Ja, nicht wie immer Ja, die wichtigsten Sachen vergesse ich aber Ja, ja Guck, das war lecker Ich will mir sofort einen neuen holen, aber du musst dich aufstehen Kannst du keinen liefern lassen oder so irgendwie? So schön wär's Echt, schön wär's 92% schon 92% Ich hab' keine 60% Neun 18% plus Ja, bei mir, äh Habe ich angefangen? Ich weiß schon wieder nicht mehr Echt nur das Kurzzeitgedächtnis Ist ja nur 17 Minuten her Äh, äh, ja, ne, 18, 18, 18,5 Also... Macht ja auch so der große Unterschied, diese 1,5 Minuten? Ja, auf alle Fälle, ich mein 1,5 Minuten kann viel passieren und so Kann man zum Beispiel vergessen, was eine Minute vorher war oder so Ja, das ist nicht zu unterschätzen Eine nicht zu unterschätzende Gefahr Oh Mann, ich glaube ich scheiße Aber es scheint nicht zu unterschätzen Also wie wär es? Zwei Stunden durchlevel oder nur eine? Äh, hm Hm. Also Party haben wir. Wir haben... Oh, boah. Oh, sorry. Ja, die Party ist eigentlich cool. Ähm, Abis hast du ja noch. Dann Power-Ups hast du noch. Leecher hast du. Ja, okay, 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 okay. Können wir machen. So zweiter Stunde. Zwei Stunden, okay. Also ich mach eine, eine, dreisierte Stunde. Ja, dann hast du ja erstmal Super-Pro-Flight-Klasse für die Folgen. Yay, acht Folgen hab ich dann. Geil. Ja, dann reicht's über eine Woche. Dann haben wir jetzt neun Folgen. Das Ganze ist doch ohne Verbindungs-Apocho oder so, wäre natürlich noch geiler. Ja, das geht überhaupt nicht. Ich glaub, das wird wahrscheinlich kaum passieren, aber... ... egal. Nein. Oh, hoffen können wir's ja. Ähm, hol mal einmal dein Pad rein und dann wieder raus. Ach so, hängt zu dem nur. Ja, Manni. Ja, Manni. Protekt ist aus. Ja, ich hab schon gedacht, was fehlt da. Ha, ha, ha. Brauchst du irgendwie die Blinkwings auf Karl Jara oder so? Ja. 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 Ja, also so, da gibt's ein Problem und ähm, ja. Ja. Ja, also so, da gibt's ein Problem und ähm, ja. Dann dann irgendwie ist voll. Nee, kann nicht sein. Nee, 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 nee. Nein, nee. Nein, also wirklich nicht. Jetzt vielleicht nicht mehr. Naja, immer noch. Aber egal. Green Crystals. Boah. Ich kann mich schon auf was freuen, wenn ich nachher mein WLAN am Ende hier wieder anmache. Ähm, du Schatz, ich bin jetzt drück. Ach so. Ich kann jetzt erstmal mein Handy 5 Minuten durch gut vibrieren. Dann ist der Akku auf einmal wieder leer. So, hm. So was kommt das nur? Äh, sowas hatte ich echt schon mal. In der Schule, da hat's ruhiggehend nur vibriert, ne? Am Ende der Schule, guck ich so nach, wie viel Prozent Atme ich noch hab. 50% waren weg, allein durch vibrieren. Jetzt erst. Von 8.00 bis etwa 1.00 Uhr hat Windstink vibriert. Okay. In der Pause hab ich ab und zu mal nachgeguckt und trotzdem. Akku war fast leer. Krass. So, welches Thema ist jetzt da? Oh Gott, immer so viel themenmäßig. Ah, das Thema gefällt mir. Das ist ne geile Idee. Fertig? Fertig spannend an und gut an und so. Ja. Ich könnte mal wieder wissen, was ich mit Livestream gerade erzählen, was ich gerade anschaue. Ich glaube, das interessiert bestimmt jeden und jeder ist daran total interessiert und so. Wie ich es in der letzten Folge auch so gemacht hab bei der vorletzten oder? Ne, warte mal. Wenn ich ehrlich bin, ich hab's dir die letzten paar Folgen nicht mal mal angeguckt. Ja, okay. Ich bin doch erst seit 2 Tagen wieder benötig am PC. Äh, 3 Tage glaub ich's egal, oder? Oder 4? 2 und 3? Ach, hab keine Ahnung. Ah, 3 Tage. 3, glaub ich ja. 3 Tage. 3 Tage. 3 Tage. 3 Tage. Aber nur mal das Thema, äh, äh, dieses, dieses, dieses Verwöhnte anzuschneiden, äh, von, generell von Schleif. Ich weiß nicht, du kennst ja vielleicht den, äh, PSurfer Dragon Cross, oder? Äh, ja. Ich hab's schon mal gehört. Und, ähm, generell die Community da drauf, die da drauf zockt, die ist, verdammt, verdammt, verwöhnt. Also die ist echt richtig, richtig verwöhnt. Ich mein, wenn du da zum Beispiel Lord bist, dann ist es echt die, die, die reinste Hölle da. Ist einfach so. Kann, kann man echt nicht anders sagen. Ähm, du sind gewohnt, dass die, also andauernd, äh, durchgehendes Lord Event haben. Wenn du zum Beispiel das mal, angenommen, du brauchst nur 5 Minuten, um das nächste Lord Event, äh, zu aktivieren oder so, dann flamen die dich alle zu. Die, die, die flamen, die, die, äh, keine Ahnung. Die spamen, die flamen, die, äh, die machen jeden Scheiß und, also das, äh, Dragon Cross ist der mit Abstand verwöhnteste Surfer auf den ich je war. Ich war einmal Lord da und, äh, nie wieder. Nie wieder. Ich hatte 46 Milliarden, äh, auf dem Surfer und Lord Event wurden da auf 400 Millionen reduziert. also 50, 50 Prozent Event. Und, ähm, ich hab zwischendrin umgekehrt verarmt und so und insgesamt habe ich ins, ich weiß es nicht, hab ich mir sogar ein paar noch was gespendet und so, um die 90, 95 Milliarden ausgegeben. Ja. Ja. Wenn es reicht. Für eine Woche aber. Also keine, also nicht für die zwei Wochen, sondern für eine Woche waren es ungefähr. Alter. Also es war schon echt ziemlich krank. Ja, Dragon Cross ist das nicht eine Abgucke von Dragon Save? Ja, eigentlich war es glaube ich mal der gleiche Surfer oder? Ja, das frage ich mich auch schon müssen. Ich weiß es nicht genau, die, die Geschichte, aber irgendwie, also mir wird nur erzählt, ähm, es war eigentlich mal ein Surfer und dann haben sich die zwei Admins irgendwie geschritten und dann ging der Surfer halt irgendwie auseinander und seitdem, ähm, ich weiß es nicht, wer da von wem abschaut und so, aber ich denke mal das ist ganz genauso wie Apple Samsung, also. Ja. Ich glaube ich kann man es echt nennen. Ja, aber gut, wenn es gefällt. Ja, und das ist ja immer nur Sache. Oh, wie geil wäre das jetzt, wenn ich, wenn du noch eine Null hinten dran hängen würde bei meinen Crits. So, 100k Crits. Noch eine Null hinten dran, ey. Du bist mir ein Troller, ey. Naja, das wäre doch geil. Noch eine Null hinten dran, ey. Ja, ich weiß nicht, es ist schon so viele Nullen da dran, aber noch eine Null, ja, ja, ich weiß. Ich bin sofort wieder da, im Moment. Ja, ja. Ja, ich bin sofort wieder da. Oh, ich wollte jetzt, ich muss wieder erfüllen, ups. Ich glaube ich habe mal, äh, Def-Medizin rein und... Ja, boah, der lag grad. Oh fuck. Da ist doch ein Hand. Ah ja, okay, das ist schon klar. Okay. BB. Danke. Unterm Pullover wurde es dann doch etwas warm, ja auch wenn es schon halb zehn ist. Ich schau gerade so ganz gespannt und gehe, keine Ahnung, auf den Livestream gerade. Stehen gerade drei Panzer beim Cappen bei den Gegnern und in fast letztem Moment bei 96% fährt einer aus dem anderen Team rein und unterbricht den Cap. Da liegt ein Vent. Alter ich droppe so viel, was ist los? Ich droppe mehr SPX. Wie lange wolltest du die Folge jetzt machen? Ganz normal. Das wird jetzt schon bei elf Minuten sein. Ja und zehn, vierzig, genau. Ja, ich mache so 13, 14 Minuten. Wobei, warte mal. Wenn ich es doch ein bisschen kürzer mache, dann kann ich mir Folgen rausnehmen, dann muss ich nicht so oft Schleifung nehmen. Das hat nicht Spaß. Ne, also wer würde denn so etwas denken? So etwas denkt doch keiner. Ne, nein. Wer kann eine Kürze machen, wo wir Folgen rauskriegen? Klar, was du ja letztens gesagt hast, dass viele die Folgen ja nur beim Essen anschauen, ne? Mhm. Habe ich mir sogar letztens beim Essen gegönnt deine Folgen. Oh, dann bling. Ich bin am Essen, ich habe ein Handy in der Hand. Ich bin am Ende. Nee, Oden. Sie sind sicher der erste. Einiglich viel mehr Geld. Sie haben richtig MONEY. Ja, du bist eigentlich. nicht wo man von den ein paar weil ich auch hier und das ist ein der Krieger ich habe auch so aber gut wo man ausgesucht ja ja nein die Mhhh, wenn wir jetzt wirklich 2 Stunden leveln, könnten die vielleicht ein Abkommen. Okay, ich ah ein Böses. Ah, das wird noch ne zweite Stunde leveln sein. Ich zwing dich zur Not dazu. Genauso will ich dich gestern zum Aufbleiben. Boah, krass. Ja komm, noch ne Runde Loll, ey, da schau mal. Ja komm, noch ne Runde Loll. Danach hast du schon noch ne Runde Loll oder welche? Nein, ich will schlafen. Ich glaub du warst um 9 Uhr ins Bett gehen und irgendwann bist du dann um 12 oder halb 12, halb 1 oder so oder was. Ich weiß es nicht mehr. Du bist dann ins Bett. War auf jeden Fall spät genug, bevor ich schon total übermüdet war. Ja, Standard. Er hat ja die ganze Zeit nicht ausgeschlaft wegen scheiß Schule. Ja, und dann kommt ja noch so ein Zocker an, ey. Ah. Du bleibst noch wach, wir müssen noch zocken. Miii. Ich hab grad so viel Bass irgendwie auf meinem Boxen drauf, das hört sich grad echt ziemlich strange an. Ja, das Ding. Ah, schon über 13,5 Minuten. Jetzt vergeht die Zeit noch schnell, aber irgendwie so zwei Folgen später oder so, dann... Schau mal da. Dann hab ich mir keine Lust mehr, ne? Oh, wow, lol. Ich bin Level ab. Nice. GZ. Yeah, geil. 18 Attack mehr. Wuh. Äh, ja, und ähm, jetzt hab ich eigentlich auch wieder Mana oder MP, dass ich mal wieder Waffen kann. Und damit sage ich auch mal danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten MP. Ciao. Ciao.